Sollen wir in dieser Zeit wirklich Denkmäle errichten? Das erinnert mich an die DDR. Lenin in Gelsenkirchen, das ist wirklich eine absurde Idee. Ist das eh ernst? Lenin-Denkmal in Gelsenkirchen? Ich bin in der Ukraine aufgewachsen, wo Lenin eine Art Gespenst meiner Kindheit wurde. Und ich war so froh und erleichtert, als vor ein paar Jahren alle Lenin-Denkmale demontiert wurden. Denn er ist ein Symbol und der steht für alles, also nicht alles, aber vieles, was im 20. Jahrhundert schiefgelaufen ist. Überall auf der Erde gibt es Diskussionen darüber, dass man sich genau anguckt, was welche Persönlichkeiten in der Geschichte angerichtet oder erreicht haben. Die Richter dieses Denkmals sollten sich bewusst sein, in welche Tradition sie sich stellen. Lenin war kein Demokrat. 1918 löste er die demokratisch gewählte, verfassungsgebende Versammlung auf. Er verfolgte konkurrierende sozialistische Parteien ebenso wie innerparteiliche Gegner. Lenin als einen der Begründer des Roten Terrors und der sowjetischen Lage heute mit einem Denkmal zu verherrlichen, zeugt nicht nur von historischer Dummheit, sondern ist auch eine Verhöhnung der Millionen Opfer des kommunistischen Systems. Alle blutigsten Diktaturen des 20. Jahrhunderts haben den erfolgreichen Massenmörder vor den Erlenien als ein inspirierendes Vorbild wahrgenommen. Wie sollen sich mal bitte die Geschichte angucken, was danach passiert ist und auch was denn mit den Menschen, denen Freiheit und Demokratie versprochen worden ist und Wohlstand und dass sie nicht mehr unterdrückt werden. Denn was dann kam, Lenin, der Stalinismus und wie viele Tote es gegeben hat, ich finde das nicht nur absurd, sondern extrem unangebracht. Lenin, das erinnert mich an die Unterdrückung von Menschenrechten, an tausende politische Gefangene, an hunderte Menschen, die in der deutschen Grenze erschossen wurden. Lenin steht für eine menschenverachtende Politik. Er hat seine Gegner skrupellos aus dem Weg räumen lassen und ganze Schichten der Bevölkerung, die Bauern ihrer Existenz beraubt und so in den sicheren Tod getrieben. Das erinnert mich an einen Unrechtsstaat im Namen einer Ideologie. Ein Demokrat kann sich nicht auf Lenin berufen. Daher finde ich, Lenin gehört auf den Recyclinghof der Geschichte. Kein Platz für Lenin. Nicht bei uns in Deutschland. Obwohl es völlig geschmacklos und unangemessen ist, in Deutschland heute eine Lenin-Statue zu errichten, so steckt auch im Schlechten immer etwas Gutes, denn so werden zumindest die Menschen in Gelsenkirchen in nächster Zeit wohl mehr Aufmerksamkeit für die Geschichte des Kommunismus und seiner Verbrechen haben, aber auch für die Geschichte Lenins. Und das ist ja immerhin etwas. Ich glaube ganz ehrlich, dass der Personenkult hier an dieser Stelle zu vernachlässigen wäre und wir eher Räume benötigen, in denen wir uns an Ereignisse der letzten Jahrhunderte erinnern, die uns als Gesellschaft weiterbringen, die uns zu einer empathischen Gesellschaft entwickeln können oder aus denen wir schlicht und ergreifend lernen. Die Kunst ist frei und eine Zensur findet nicht statt. Aber trotzdem müssen wir sehr wohl überlegen, wofür wir einstehen und was wir vertreten. Ein Zensur Vielen Dank.